So, wir können beginnen. Wir wissen nicht, was wir machen wollen, wir können aber beginnen. Ich werde die Wand wahrscheinlich nochmal mit einer... Mal sehen, mit Zaun oder so verstärken. Also noch eine Schicht Beton drauf machen. Aber jetzt nicht so ein Würfel, sondern... So eine stabile Wand oder sowas, ne? Also nicht so ein viereckisches Ding, weil sonst haben wir ja keinen Platz mehr zum Schießen, sondern... Eine Platte oder sowas noch dran oder was aussieht wie ein Zaun oder sowas. Was wollen wir jetzt? Wahrscheinlich nicht mehr viel, weil gleich Nacht ist. Ist gleich Nacht. Ich guck mal, ob wir noch Beton herstellen können. Aber mir ruckelt es gerade wieder. Es ist am Anfang von dem Spiel. Bisschen haben wir noch. Bisschen Beton haben wir noch. Ich grabe gerade noch ein bisschen unter dem anderen Haus weiter. Machst du richtig. Ups, aber ich verfehle das noch hier. Einfach noch ein bisschen hier drunter alles weggraben. Ja. Ich will hier drunter weggraben. Nein, nicht gegen Beton. Genau, hier unten drunter einmal weggraben. Nein, nicht das. Genau das. Hol das Spiel, wenn ich mich bewege. Komisch. Muss ja deine FPS heute nicht. Du hast sogar nie an, ne? Sowas habe ich nicht. Bei mir sieht das bisher gut aus. Ne, bei mir ist das noch nicht so. Das war... Komisch. So, hier unten sehe ich keine Zombies. Hier ist alles schon mal schön auf der Seite durchgegraben. Bis hier was von der anderen Seite angerannt kommt. Ich brauche Holz. Ich hole aber gerade Bruchsand. Da kann ich dir nicht mit Holz dienen. Ne, ich verliere zwei Bäume. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu laden oder sowas. Ist aber nur, wenn ich laufe, dass das so ruckelt. Dann solltest du nochmal rausgehen, ja. Wenn ich sonst jetzt hier die Bäume fälle, ist alles ganz normal. Ja, dann ist es bei dir gerade irgendwie... Das ist ja dann schon nervig, wenn es dir ruckelt. Ah ja. Also bei mir läuft es flüssig. Vielleicht ja bei ganz schnellen Bewegungen kannst du mal zu einem Ruckler kommen, aber... So, kann man mal hier drüben weiter. So, ich gehe nochmal raus. Gehe ich verlassen. So. Lädst du mich nochmal ein, bitte? So, nochmal einladen. Einladung ist raus. Mal nochmal das Spiel starten. Mal sehen. Sie kommt gleich wieder. Sie kann uns ja mit der engelsgleichen Stimme unterhalten. Wo soll ich die denn jetzt hernehmen? Weiß ich nicht. Aus Teufels Hand. Ah. Gib mir mal deine Hand. Oh. Die Hand des Teufels. So, jetzt lädt es wieder. Ich untergrabe weiter dieses Haus. Bis alles einstürzt und du drauf gehst. Ja, dann bin ich aber direkt in der Nähe. Dann müssen wir deinen Rucksack wieder freigraben. Glücklicherweise bleiben wir ja bloß Teile liegen. Na ja, ein bisschen graben. So. Ein bisschen ein Stück runterkommen. Oh, es ist um zehn. Ich bin nicht daheim. Oh nein. Ich habe die Ausgangssperre missachtet. Okay. Das bringt mir Gesundheit. Okay. Wir wissen nun, es funktioniert. Ähm, wo bin ich? Und wie komme ich hier raus? Eieiei. Ähm, ja. Oh, jetzt läuft es besser. Schön. Das Haus muss ja erst weg, deswegen. So, ich will jetzt erst mal hier raus. Ach du. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. So, jetzt müssen wir uns nochmal, die ist nochmal eingeladen. Äh, kann ich das ablehnen? Uh. Jetzt bist du nämlich grün. Das ist egal. Mach das was? Ich brauche eh Holz. Jetzt kriegst du jede Menge davon. Aber es funktioniert. Das Haus stürzt ein. Und es passiert nicht genau dann, wenn ich drin stehe. Das war geil. Das war geil. Das stimmt. Das war schon. Vor allem Nervenkitz. Und dann wusste ich, wie viel fällt noch auf meinen Kopf. Da hat es nämlich viel gefallen. Die Hälfte des Lebens hatte ich dann verloren. Mhm. Die Achse ist geil. Die macht mir Licht. Aber ich habe auch so Licht. Ich habe doch die Lampe in meinen Helm eingebaut. Ich nicht. Kann ich die auch in den Körperhelm einbauen? Ja, das ist ein Mod. So, haben wir noch so ein Mod? Machen wir noch ein Lampen-Mod? Ne, ich glaube nicht. Ich habe den einzigen. Sie hat wieder den einzigen. Weiß den Namen? Das ist ein Berger bei der Helm. Das ist auch so ein Ding drin. Ich könnte hier auch schießen. Ein Schrotflinten-Drossel-Mod. Aber dann ist er nicht mehr ein Cowboy-Hut. In der zweiten Reihe. Ja, das dritte. Dann ist es ja nicht mein Cowboy-Hut. Ja, aber da ist so ein Mod drin. Den kannst du rausnehmen. Das ist ein Helm. Und der Mod ist da drin. Ach ja. Helmlichtmod. Okay. Und jetzt auf meinen. Ah ja. Zu viel geklickt. Verändern. Da kann ich keine Modifikatoren einbauen. Ach so, das gibt es gar nichts. Das wusste ich nicht. Jetzt habe ich es rausgeschmissen. Yay. Vorwischbar halten. Jetzt trotzdem mal. Ja. Vielleicht finden wir noch einen anderen Hut, wo das geht. Der ähnlich aussieht. Sehr. Das hätten wir. Können wir den noch reparieren? Ja, da steht dann bestimmt dort, was du brauchst. Wenn du auf das Buch drückst. Repariere mit einem Reparatur. Geht ganz so Kunststoff ab, weil es gelegt werden. Ja, wie? Aber es gibt keine Reparierenschaltfläche. Dann muss ich den erst rausnehmen. Ach, ich darf ihn nicht reparieren, wenn ich ihn auf dem Kopf habe. Okay. Ich wollte jetzt schon mal reparieren, so. Gut, bleibt hier. Mit F, ne? Ja. F. Das werde Licht. Jetzt sieht man wenigstens mal was. Jetzt wird das ganze Ding ja mal zerlegt. Dann schauen wir mal Platz neben dem Haus. Dann machen wir einen Quest und das ganze Ding wird da. Oh, wir haben ja jede Menge Material bekommen. Dann kann ich es nochmal zerlegen. Dann fange ich aber von innen an. So, haben wir noch Holz. Das ist Holz. Das war... Zwischendurch so ein bisschen Stein und sowas. Ja, ich habe gerade auf Metall mit einem Hammer geschlagen. Oh. Jetzt könnte ich mal was zertrinken gebrauchen. Nicht was mit? Nee, natürlich nicht. Okay. Eben nicht. Erstmal, jetzt ist er so weg. Auf sie. Ich dachte, wir müssen was zertrinken wollen, weil die Ausdauer so schlecht sich regeneriert. Du bist Holz. Du bist Holz. Pluck. Du bist Holz. Pluck. Du bist auch Holz. Hinten mit Stein. Hätte man normalerweise noch eine andere Perspektive haben müssen, ne? Von außen. Ich war leider noch im Lademodus, deswegen habe ich es auch nicht gesehen. Aber es musste ja so kommen. So, jetzt gehen wir langsam mal an Nahren nach. Das ganze Holz weg, aus dem das ist Hausbestand. Das ist aber alles schon Stein. Jetzt lässt du gleich los. Hm. Du brauchst Holz für die Wette erstmal, für die Rahmenblöcke. Ja. Die erste Verbesserung ist ja dann Holz. Hm. Da ist der Mond. Das war jetzt... Okay. Die stand irgendwie direkt neben mir. Oh. Ich glaube wir waren zu laut. Ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch. So. Ich habe keine Ausdauer. Okay, dann gehe ich auch mit hoch. Hast du es geschafft? Ich bin oben und habe erstmal eine halbe Leiter weggenommen noch. Naja, ich habe das mal gelassen, weil wir zu viel sind es ja, ne. Ach, ich gehe einfach weg. So. In den Rücken. Was ist mit dir dort? Pfeffer. Ist er tot? Ja, anscheinend. Wird dir noch was? Ähm, ich weiß nicht, aber um der Ecke gerade mit so einem Blaumann. Ups. Nee, ich will wieder hoch. Sind da noch welche? Ich sehe keinen. Wollen wir weiter abbauen gehen? Ja. Mal sehen, aus diesem kommt bestimmt der Wolf. Wir sind halt laut, ne? Ja. Mit dem ganzen... Komm, gehäme. Aber die ganze Nacht in der Bude zu hocken, ist auch langweilig. Oh. Also dann habe ich es ja schon immer schon so weit eingerissen, ne. Kann man den Rest auch noch machen. Aber das war mal kurz eine Spannung wieder. Das fällt an meinem Haus auf den Kopf. Dann wird mal angeschrien. Was ist das für ein Tag? Gerade eben war das alles noch steil. Jetzt muss ich da... Was ist denn das? Pink mal, man wechselt einfach mal die Waffe, damit man jetzt das Richtige trifft. Aber nee, dann ist trotzdem alles wieder Holz. Du bist auch Holz. Genau, du bist auch Holz. Bist du? Holz. Das ist alles wieder extrem verschieden, ne? Weil die auch so zwischendrin plötzlich... Mhm. Ich wüsste erkannt, ob man das erkennt. Ich hab's bisher noch nicht so richtig erkannt. Weil das... Für mich sieht das alles gleich aus. Alles. Das hier ist was anderes. Hier wechsel ich jetzt mal. Obwohl ich oben mal schon was trinken könnte, theoretisch. Ich hab vor Schrecken Penner Eintopf gegessen. Penner, du. Jetzt sieht man, warum es Orden der Stille heißt. Das ist ja ein... Ein Brustgegner. Das hab ich ja völlig verpasst. Das hab ich ja völlig verpasst. Das hab ich ja völlig verpasst.